Hehehe Zumbe, warum hast du so ein kleines Gesicht? Weil ich heute eine kleine Stimmung hab. Oh, eine kleine Stimmung? Ja. Weil Maudado nicht da ist? Maudado ist nicht da? Oh oh, und damit Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Human Fall Flat. Wir spielen am heutigen Tag wieder ein bisschen Ninja Warrior. Allerdings warten wir jetzt gerade noch auf Menjul, der sich auch ins Spiel einloggt. Hallo. Hallo Menjul. Maudado ist nicht da, weil Maudado bis vier und nachts irgendwelche Computerspiele gespielt hat. Unmöglich, was fällt dem Jungen ein? Was kann er denn immer noch am Computer spielen? Zur Schule soll er gehen. Was ist dem Jungen noch mal in Ruhe? Was? Willst du bitte nicht wiederhauen? Hehehe. Wie kommst du jetzt? Ja, mach ich. Menjul tut mir leid, dass ich laut geworden bin, aber ich vermisse Maudado so. Auch deswegen machst du ihn fertig. Ich hab ihn nicht fertig gemacht, kannst du aufhören? Hey! Ich hab dich... Lass meine Brusthaare Was ist denn hier los? Komm mit, Erbsengesicht! Der Brusthaare? Der beleidigt mich, Mann! Ich hab dich, Erbsengesicht! Ich hab dich! Was machst du jetzt? Ich zieh uns hoch, jetzt, hilf mir! Ja, ich muss... Du schaffst es! Warte! Ich hab dich! Ich bin doch da! Oh mein Gott, Alter! Ihr werdet mich so lieben! Ich seh so gut aus! Ich seh so gut aus! Ich hab meine Monobraue abrasiert! Ich seh noch keinen Skin, jetzt lädt es! Und? Ich habe dich! Oh, warte! Jetzt hast du keine Augen mehr! Ich hab Augen! Guck genau hin! Du siehst zum ersten Mal normal aus! Achso, das ist normal! Ja, sorry! Also, guck dir Zombie an! Hä? Der ist doch einfach nur... Der freut sich ja voll! Ja! Oder du ist nicht da? Einen Grund zum Feiern! Ja! Juhu! Okay! Zombie, starte! Die Ninja Warrior Spiele! Aua! Aua! Der ist mal da! Guck mal! Guck mal, da macht einer Pipi! Da macht einmal Pipi! Oh! Da! Das ist ein riesiges Wasserbecken! Alter! Ja! Let's go! Ich halt dich fest! Warte, wir werden... Warte, warte! Nein, lass mich! Wir warten vor den jeweiligen Obstacles! Oh! Oh! Und dann... Bist du schon Obstacle zu laufen? Nein! Und wer das dann immer als erstes schafft, kriegt einen Punkt! Okay! Und dann muss man wieder warten und dann das nächste Ding und dann gucken wir mal, wer am meisten Punkte am Ende dieser Map hat! Ja und dann? Hier kriegt der Gewinner... Nein! Der bekommt gar nichts! Du darfst keine neuen Sachen... Muffins? Also gleich mal in der Szene! Selbstgebackene Muffins, ja! Okay! Also dann bin ich raus! Drei! Okay, ich opfer mich! Drei! Zwei! 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 Ich bin aber ernst! Ich bin doch... Nein! Nein! Rette mich! Rette uns! Ja! Oh nein! Oh nein! Manu gewinnt! Oh nein! 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 Tommel! Okay, nicht mehr drüber klettern! Regeln! Ok, ja! Okay dann hinter! Aber wie stellen wir uns denn... Ne warte wir... Wir warten hier hinten dann ist es fairer wer als erster da praktisch dran ist. Los, 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 schnell, erst abgelenkt. Nein, Zombie. Es ist nett, erst in Sicht. Zombie, komm, wir schaffen es zusammen. Okay, kommt her, Freunde. Erst unten, mach' du los. Nein! Jetzt bleibt so unten. Ich bleibe hier stehen. Ihr kommt hier nicht dran vorbei. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ah, es kriegt ja mein Gesicht. Aua, aua. Jetzt geht doch mal vorwärts, Mann. Okay. Ja, Erster. Hallo, drüberklettern ist verboten. Ja, nee, ihr habt als erstes Unfair gespielt. Wo hab ich denn Unfair gespielt? Doch, ihr seid einfach losgelaufen. Er fällt da wieder runter. Nee, ich hab's geschafft. Was ist mit dem Jungen los? Okay, lass gehen. Pass die nicht an, ich fasse dich an. Ja, Erster. Hallo, wir hätten ruhig einen Countdown machen können. Ich wollte nur rumbleiben. Achso, ich, achso. Ja, okay, Manuel, dann alle umbringen. Wir haben einen Keypoint. Waren wir uns schon geholt? Ja, aber in eine andere Richtung. Okay, okay. So. Echt doof aus, weil der Wald sich gar nicht bewegt. Ja, das stimmt. Hilfe. Bitte. Bitte. Oh Gott, Mann. Hilfe. Drei, zwei, eins. Los, los, los. Ich fliege, ich fliege. Ich bin sofort runtergefahren. Loll, ich bin da. Als ob. Ja, hab's geschafft. Scheiße. Als ob, ey. Ich bin so nach vorne gekickt worden. Wie? Wir haben uns immer so festgehalten und dann. Krass, man kann da aber richtig. Hä? Ich glaube, das wäre sogar schneller gewesen. Ja, einfach drüber laufen, so wie ich es gemacht hatte am Anfang. Okay. So. Wir gehen alle aufs Rote zusammen. Aber da ist ein bisschen wie die Plots. Ja, warte, ich gehe ganz zur Seite. Ich sag schon mal, go. Und wer als erster dann praktisch da drüben ist, ne? Oh, oh. Tommy. Tommy. Wie, das war doch gar nicht das go. Doch, es war das Tommy. Ich schaffte es, ja. Nein. Wuh. Ich bin im Loch. Hä? Oh, ich hab immer vorbei. Ich bin im Loch gefallen. Ich sag upgrade. Ich fand, das war ein tolles Level. Ich, ich fand auch. Oh, ja, du hast schon das nächste. Genau. Ich hab gerade den zweiten Kuchen gewonnen, Leute. Das, nein. Hä? Ich hab auch zwei Punkte. Nee. Einer war gecheatet. Nein. Stopp. Ich muss auch mal gewinnen. Mal drückst du den Reset. Machen wir jetzt wieder alle Punkte auf 0 oder steht es 2, 2, 0? Hallo, 0? Hm, komisch. Das tut uns vorsichtig. Ja, okay. Dann machen wir 2, 2, 0. Menjel und ich waren die Gewinner der ersten Map. Und jetzt kommt die zweite. Drei, zwei, eins. Los. Menjel hat den Frühstart. Nee, nee, nee. Menjel hat geschummelt. Ja, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Ich hab extra nichts gewartet. Oh Gott. Erster Punkt für mich. Nein. Ich bin wenigstens Zweiter. Ja, nur weil ich gewartet hab. So, wieder vor das Ding stellen. Drei, zwei, eins. Los. Hä? Warum ist das so langsam? Sag mal, gibt's irgendwie eine Shift- Äh, äh. Hier passiert nichts. Das war aber nur Plattform. Was? Saving? Ich bin unter der Map. Warum? Wie hat er es geschafft, es nicht zu schaffen? Hä? Weiß ich nicht. Bewegt ihr sich? Nee, wahrscheinlich muss man nur hangeln. Oh, ja. Ey, Frühstart. Alter, perfekt. Wieso Start? Frühstart, 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 alles okay. Drei, zwei, eins, los. Benutzt mich. Ich dachte, ihr wolltet auf mich klettern. Nein. Woran häng ich? Keine Ahnung. Ich versteh's auch nicht. Oh, oh. Oder in dem Hupsi. Hupsi, Hupsi, Daisy. Was machst du da? Ja, ehrlich. Hilfe. Der cheatet. Unfair. Mann, geh doch mal weg, Menjel. Ja. Ja. Menjel, lass mich los. Dann kann ich's schaffen. Nein. Ja, das ist das Problem. Ja, ich hab deinen Kopf. Ich hör mich einfach nur dran. Ja. Nein. Er schafft's. Nein. Menjel, weil du dich an mich angehangen hast. Okay, zweiter Punkt für Sunday. Ja, 2, 2, 2. Das war doch. Stimmt, ja. Dann steht's jetzt 2, 2, 2. Jetzt wird's richtig spannend. Drei, zwei, eins. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Du musst jetzt ertrinken. Ich glaube, es backt. Ich glaube, der backt nichts. Ich glaube, das einzig, was gebacken wird, ist der Kuchen für mich. Nein. Ja, ich hab dich. Tschüss. Menjel, ihr Zombie schafft das schon wieder. Ja, aber den backt's ja auch nicht. Jetzt hat's ganz anders funktioniert als er. Nein, hat's überhaupt nicht. Du hattest gar nicht. Aua, ich bin auch unten. Ja, hat's nicht geschafft. Ja, go, Pidesel. Ach, du bist so ein Abfalleimer. Nein. Oh, du wirst, er wird's eh nicht schaffen. Oh Gott. Nein. Ach, komm. Mann. Wie du noch versucht hast, dich an mich ranzuhängen. So nicht. Lass mich doch bitte. Woo. Hi. Oh ja, ich hab dich. Was? Wie hast du's geschafft? Komm, Samuel, komm. Wir schaffen's. Nein. Hallo, du musst Palette holen. Ja, mach ich doch. Und Sprung. Mann. Ja. Ich hab uns runtergezogen. Okay. Nice. Du kannst das schaffen, Palette. Ja, ich hol mir die Punkte. Oh Mann. Aber ich kann gar nicht genug. Ja, ja, genau. Das hatte ich beim allerersten Mal. Doch, doch, ich hab's. Oh Gott, ich weiß das mal hier. Warte, ich muss das seitlich gucken. Dann kann ich vorbei. Ja. Oh Gott, war das knapp. Ach, komm. Und los. Oh, Palette. Ja. Erschafft. Oh, meine Konzentration. Ja, ich konzentriere mich. Und loslaufen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hallo. Er hat sich nicht festgehalten. Und nochmal. Aua, nein. Ich schaff's. Ich schaff's. Go, Manuel. Du schaffst es. Ich schaff das. Ja, ich bin da. Ist das kein Checkpoint? Ne, irgendwie nicht. Aber man muss sich da noch längs schießen. Oder ne, wahrscheinlich durchs Glas ballern. Man kann sich einfach an den Dinger festhalten. Oh Gott. Aber ich hab's ja jetzt geschafft, oder? Ne. Erst wenn der Checkpoint kommt. Ja, erst Check... Nur Checkpoints zählen, wenn ihr... Ach, Palette. Ich will nicht mehr. Ah, die haben mich weggeworfen. Ich bin im Müll. Ich bin im Dreck. Als ob. Junge, du willst mich doch... Ist du wieder bei uns? Ja. Ja, ich stand da einfach drehen, hab mich wegschießen lassen. Das hat nicht gereicht. Ja, man hätte wahrscheinlich diese Dinger schießen müssen. Ach so, erst das Teil. Ja, das kann sein, ja. So, warte. So wenig Platz zwischen den Dingern. Oh Gott. Schnell zurück. Oh nein, ich auch. Ach, ich bin durch. Ja, noch bringt ihm das nichts. Ja, er muss halt einer von den Dingern da reinballern. Dann macht er das Glas kaputt. Also, das soll ich jetzt da reinlegen? Ich glaube schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Ist kaputt. Es wurde zerstört. Alter, die Bier-Scheibe. Ich laufe einfach durch. Einfach durch, Pinesse. Ah. Das bringt nichts. Oh nein. Und jetzt haben wir sich der Lüß. Wir beide, Zommel, komm. Hier rein und dann halt meine Hand. Wartet noch kurz. Ich warte doch nicht, der gewinnt. Hallo, ja, eben. Wir beide kriegen einen Punkt und dann haben wir gewonnen und du nicht. Ja. Dir drückt auch. Ja, genau. Du darfst nichts festhalten. Ach, ich bin so ein Mülleimer. Da fliegt ihr. Tschüss. Ja. Nein. Oh, ich hab ein Glas besser. Ach, Mann. Da seid ihr ja wieder, ihr Verräter. Wir haben auf dich gewartet. Ja. Habt ihr gar nicht. Doch. Nein. Dann schwingt er so oft. Nein, ich weiß es auch nicht. Jetzt seid ihr wieder da, Mann. Jetzt, du schaffst es endlich. Ja, ich bin wieder da. Also, ich bin endlich da. Okay, jetzt schieß ich einfach dich. Weil der Moment hat nicht funktioniert. Schnell, bevor das Opfer kommt. Ja, das ist weit weg. Schieß ihn. Werf ihn weg, denn wir sind die eigentlichen Gewinner. Hui. Oh, ja. Ja, ich hab's geschafft. Er ist weit genug geblieben. Oh, da geht er durch. Da geht er durch. Drei zu zwei zu zwei. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Freunde? Ich fall hier einfach nur. Ich glaube, er ist falsch. Nein, ich bin richtig. Ich hab keinen Checkpoint gesehen. Ich auch nicht. Also, wunderbares Unentschieden. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Human Fall Flat Ninja Warrior Edition. Lasst ein Like da. Schaut bei Zombie und German Let's Play vorbei. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.